Oldtimer-Treffen in Selm, Olfen in der Reitanlage Lützow. Leider kurzfristig abgesagt worden. Haben wir aber auch erst hier vor Ort gerade erfahren. Habe ich jetzt hier hinlegen? Habe ich nachher zwei Euro? Ach Quatsch. Drei. Ja, mach mal ein Rolf, ich hab dann ein Problem. Er filmst doch. Alles dokumentiert. Alles dokumentiert. So haben wir hier vom Wechsel und vom Aufnahm. Wunderbar. Wunderbar. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. 53er. 53er. Der Luftgefeder zu Sitz ist natürlich wahrscheinlich sehr bequem, aber ist auch schon ein echter Stilbruch. Das ist schon ein Gelücksmodell, auch für nicht mehr allzu rüstige Bauern geeignet, mit prima Treppenaufgang. Aber sehr schön, das Verdeckt nachgebaut aus Holz, schön restauriert. Im Baujahr 59. Die Masse lassen wir mal außer Acht, der ist ein bisschen zu neu. Schauen wir uns mal den da nochmal an. Okay, mit Sonderausstattung. Ruhe, Zigarettenanzünder, heute würde man sagen Raucher-Set. Schön mit den Speichenfelgen. Und vorne stehen noch zwei alte Porsche. Drei. Das ist natürlich auch einer. Schöne Unimog und die beiden hier. Ja, eine schöne Anlage wäre bestimmt ein schönes Treffen geworden. Aber, da hat der Wettergott, ach da stehen ja auch noch ein paar. Okay, dann gehen wir mal einmal da rum. Kommen wir mal. Kurze Wackelei. Der ist schon ordentlich im Einsatz gewesen. Das ist die Unimog-Fraktion. Tja, das war die kleine Runde in Olfen auf der Reitanlage Lützow. Lützow. Das ist die Unimog-Fraktion. Verschiell.